So, dann fahren wir mal heim, he? Eisenkiesel. So, wir haben hier das Bier. Das Bier, das geht gar nicht. 3 Euro für ein 300 Bock. Und das noch aus der Flasche. Das glaubt dir niemand hier, wenn du wieder nach Auerbach kommst. Komm, wir fahren zur Tango und hol uns noch ein Bier. Mach uns ein richtiges Bier. Wieso holst du, mit einem Goldhallenbundhaus? Guck hier, hier links, links, da war einer. Ja, ich bin ein Eier. Guck hier, das Stein ist wieder die Kuhl. Ja, die Kuhl. Wo ist der hier? Mensch, hier. Guck hier, so. Na, pass auf, bringst du mal Bier mit? Was soll ich denn mitbringen? Nein, nein, Bier halt, ne? Ja, guck so. Ah, guck doch hier, sag mal. Die Gölfe hier, alles Gölfe. Komm, los. So, schön groß. So, und, hast du was gefunden? Ich weiß auch nicht. Hat denn die, willst du noch ein wenig Bier? Na, bloß noch hier so das komische. Das, das, das Pflaste Zeisch hier. Was? Pflaste, Flaschen, Bier. Na ja, hauptsache Bier, oder? So, so. So. Und, wir raus hier. Genau. Aber nisch doch was. Gib euch, ja. Du möchtest nicht, ich muss fahren. Mensch, sonst war noch ein Spiegel verrammelt. Mehr als fahren kann ich auch nicht. Was schnaupt jetzt? Ja, klar, ich guck hier rechts. So, guck lieber mal nach rechts, ob da was geht, Mensch. Hure Berg und bläde Leid. Klinge toll, du bist meine Freizunge. So war das. Genau. Ist, ah ja, etwa hier, ja. Deichfest, oder was? Na, Oldie Night haben die immer. Oldie Night. Oldie Night haben die immer. Ja, ja, ja. Aber ich weiß doch nicht, komm schon mal. Ja, ich war schon Bocker und dann mal. Ich weiß nicht, ob da noch was los ist. Weißt du das? Was auf! Boah! Was, was du überhaupt von mir hieb mit? Wachen wir mal. Nein, nicht, nein. Da war die Autobahn. Das ist doch falsch. Warte, stopf. Hier, da kommt jetzt einer. Mensch, da ist bloße 30 und da kommt mit 35 ein Berchen runter, ey. Das waren keine 35. Das waren 36, oder? Mindestens. Also, das ist auch hart. Du musst, geh mal weg. Ich seh. Ich darf mal hier gucken. Ich seh. Du musst gucken, ich muss fahren. Du musst jetzt mal was auf. Ich kann doch gar nicht. Du musst es ja unbedingt nach drei jetzt. Den blöden Pischel. Nein. Warte mal, hier links ist so ein schöner Sonnenuntergang. Komm, komm. Warte mal, ich fahr mal kurz rückwärts. So. Oh, komm. Dann müssen wir noch prüßen. Prüßen. So, jetzt müssen wir weiterfahren hier. Sonst kann man halt immer noch was rum. Wir haben noch eins, oder? Ich denk, du hast ein neues Wischblatt aufgemacht. Das hast du nicht aufgemacht. Ich hab dir doch letzte Woche gesagt, das hast du ein neues Wischblatt aufgemacht. Du musst ja warten, aber den kann doch mal in halbem Tuch. Ja, wenn wir ein Auto neu gekauft, macht man erst mal ein neues Wischblatt raus. Ja, aber die Lampen hast du nicht gewechselt. Was, deine nehmest nicht? Na, das sei ja der Wischblätter. Was wirst du denn zufrieden? Was seid denn die Lampen? Lampen vorne drinnen und die Lampen. Also, guck mal, das Licht ist doch auch ein Mensch. Boah, das werden... Oh, der erscheint ja doch. Mensch, hättest du denn auch mal den Wischblatt aufgemacht? Ja, man sieht ja gar nichts. Na, man sieht gar nichts. Na, man sieht gar nichts. Na, ich frag, sagst du mir hier gestroßen, oder? Wo seid ihr hier überhaupt? Na, die komischen Baustellen. Wo seid ihr hier überhaupt? Ja, das ist ja eine komische Ecke. Ah! Alter Scheiße! Oh Gott! Nicht die noch? Oder? Oder? Haben wir die totgefahren? Das sieht schlecht aus. Sicher? Wirst du mal? Wirst du mal noch? Wirst du mal noch? Wirst du mal noch? Hast du was? Nein! Nicht? Scheiße! Was machen wir da jetzt? Ja, liegen lassen! Nein, nein, die kann man nicht liegen lassen. Wenn mein Frieder-Waschbecken-Bauer hier vorbeikommt, da spricht uns dann irgendwelche komischen Sachen. Na, hast du noch irgendwas? Na, ich hol noch einen Deppich. Deppich, Deppich? Da kennt man so vielleicht... Vielleicht... Eiwickeln oder so. Eiwickeln? Ja, Eiwickeln. Wie schwer ist denn das Ding hier? Na ja, guck ich mal, ob das... Ist das irgendwie, wenn du gehen kannst? Oh! Sautischwer! Na ja. Komm, ich höre erst du mal den Deppich, und das Ding mal. So, ich komme hier. Das ist ein Eiwickeln hier. Das ist ein Eiwickeln hier. Das ist ein Eiwickeln hier. Und gut. Das ist ein Eiwickeln. Jedes Eiwickeln mit dem auch kommen. Das ist ein Eiwend